Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Team Deathmatch hier auf der neuen Map von Hypixel. Team Deathmatch. Russischer Akzent fehlt noch. Mit mein Sohn, mein Sohn, Germany. Ich bin immer noch nicht dein Sohn, wann kapierst du es endlich? Gut, es sollte dann mal losgehen, wenn die hier mal... Ich bin nur mal OptiFile zoomen mit R gewohnt, aber nein. OptiFile geht nicht. Das ist alles auf der neuen Snapshot. Ich rauf immer noch nicht, was diese weißen Drähte hier sind mit den Knöpfen. Ketten. Oh, ach stimmt. Macht alles Sinn, wenn man es so betrachtet. Macht Sinn. Ja, doch, macht Sinn. Können wir jetzt den Button pushen? Die sagen, wir sollen direkt aufnehmen und dann nehmen wir direkt auf und dann passiert nichts. Und dann läuft er da im Kreis wie ein Irrer. Ja, voll, ey. Wir können doch so oder so eigentlich schon auf die Knöpfe drücken. Es geht ja eh nicht los, bevor beide Teams bereit sind, oder nicht? Minecraft, ihr und Co. sind Team Red. Das bin ich auch. Weil es geht ja eh nicht los, bevor die Teams nicht ready sind. Oh. Wupp. Einmal Stuhlz recht gerückt. Das jetzt ist der Countdown. Der Countdown ist voll gut. Weil alle schon drin sind. Wie so eine 3 dazwischen. 3 neu, los. Ähm, keine Ahnung. Ja, das ist halt crazy Logik. Ähm. Äh. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ähm. Oh, die Klassen sind andersrum. Denk dran. Jetzt ist, äh, Warrior Links und Ron 2. Boah, heftig. Muss ich dir ja übelst umdenken. Musst du auch. Und denk dran, wir sind rot und nicht blau. Weil irgendwer hier einen Fehler gemacht hat. Okay, du warst nicht hier. Viel witziger aus. Ne, tut's nicht. Ne, rot sieht scheiße aus. Ganz im Ernst. Jetzt haben wir zwei Archer. Alter, was nimmt der Minecraft, die und Co. Eigentlich den, ah. Den Roju, der ist doch übelst scheiße. Der will auf Speed sein. Der ist voll abhängig. Ja, aber wir haben zwei Archer. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Nur einer mit Eisenschwert. Ja, keine Ahnung. Richtig dumm. Ich wollte halt alle Klassen einmal durchprobieren. Das mach ich jetzt auch. Jaja, aber. Und ich weiß nicht, wofür haben wir das eine Level. Die Waffe ist enchantet. Man sieht's, die Waffe ist enchantet. Kann man hier enchanten? Weiß es nicht. Ich weiß, was das Server leckt. Ja, was Iron Sword ist nicht enchantet. Kann man hier enchanten? Ja, ich würde auch gerne enchanten. Oh. Los. Let's go. Let's go. Mario. Hm, enchanting table. Hm, da läuft man doch erstmal gegen den Kaktus und lernt erstmal Deutsch. Wart mal. Errechne ich damit? Wart mal, da kommen sie schon. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin doch einfach der Skiller mit meinem Bogen hier. Aua, Mann. Ich wurde schon getroffen. Ich auch. Cool. Ich hab schon wieder einen Hungerbalken verloren. Oh. Ah, die gehen gerade auf Saronic. Ja. Da ist er auch tot. Okay. Wieso haben wir jetzt noch, wieso haben wir jetzt noch volle CP? Scheiße. Scheiße, ich sollte nicht in den Nahkampf gehen. Schon wieder hab ich dich gehauen, weil es so geleckt hat. Ja, das ist einfach, das ist einfach. Es leckt einfach nur voll extrem. Es leckt einfach nur richtig. Ja. Das ist richtig kacke. Weil auf einmal, du stehst nämlich hinter dem und auf einmal stehst du vor dem und dann schlag ich. Super. That's logisch. Au. So, mach mal die Logik. Ich lauf auch noch gegen den Kaktus. Ich töte mal Gomme, weil ich bin der Meisterbogenschütze und Gomme kann es einfach nicht. Okay, Gomme kann es ein bisschen. Ich erschieße Braycraft. Ja, ich renne Braycraft hinterher. Hm. Ist im Moment sehr ausgeglichen. Das leckt einfach nur. Aber von den Stuts her ist es ausgeglichen. Also, so. Okay, wir haben vier und die haben sechs Leben noch, aber trotzdem. So um den Dreh rum ist es normal. Alter. Scheiße, ich sollte demnächst wieder einen Warrior nehmen in der nächsten Runde. Mit dem Rest kann ich nicht umgehen. Ich sollte einen Warrior nehmen. Ich bin ja eh mal der Damage, die Leute tanken in MMOs. Von daher. Scheiße, ich erschieße dich gleich noch. Mann. Was eine Scheiße, ey. Wir haben schon wieder verloren. Ja, leck doch noch mehr. Nö, darauf haben wir. Wie, wir haben zwei Runden gewonnen? Hä? Äh, die haben zwei Runden gewonnen. Denk dran. Ich kann doch... Ja, aber das leckt so extrem. Schau mal, die stehen bei mir aufeinander. Hä? Bei mir leckt es richtig. Ich falle durch die Unendlichkeit. Noch viel weiter. Ne, viel tiefer. Ja, da habe ich echt keinen Bock drauf auf sowas. Gleiche Aufnahme, gleiche Teams. Okay. Ja. Super. Was das einfach mal ist, ja. Dann würde ich sagen, joinen wir gleich nochmal und gucken dann, wie es dann ist, ne? So, ich join jetzt nochmal. Jo, jetzt ist alles wieder gut. So, auf jetzt in Rot. Der leckt so. Oh, das ist so scheiße. Weil... Ah. Auf einmal steht der, den du haust hinter dir. Ja, wow. Ich auch voll die Chance. WTR-Rotes Team ist bereit? Nein! Sind wir nicht? Ja, du kommst wahrscheinlich nicht mehr hin. Ja, ich fall durch die Welt. Ja, super. Ja, toll. Was soll die Scheiße? Die machen einfach bereit. Ach, jetzt bin ich da. Wo? Ja, guck, es aber... Okay. Ja. Ach, und wir haben jetzt auf einmal nur noch neun Leben. Alter, das ist aber interessant. Irgendwie funktioniert die Map noch nicht so ganz. Die Welt ist noch nicht bereit für so ein Meisterwerk. Ja, äh... Ich weiß auch nicht, ob ich das dann auch wirklich hochladen werde, wenn das hier so... Ja, ich lad's hoch. Ich lad's hoch. Ich nehm doch grad nochmal auf. Also, ich lad hoch. Wiss ich nicht. Ich bin der Meisterhochlader. Ich kann das. Ja, guck, jetzt hauen wir uns wieder gegenseitig. Ja, aber... Aber zieh's rein. Ich hab nen Triplekill gemacht. Da würde ich jetzt gern mal meine Drohne haben. Und dann seh ich auch schon, wo die Gegner sind. Ja, komm. Lass uns zu zweit. Ja. Hallo? Ich frag mich grad, wo meine Aufklärungsdrohne ist. Mal ohne Scheiß. Die hätte ich mir eigentlich voll verdient, die Aufklärungsdrohne. Vielleicht gewinnen wir ja mal eine Runde. Ne. Gewinnen wir nicht. Ja, nein. Gomme, bleib einfach stehen. Ja, ja. Strangebuff. Ja. Er kann mich mit meinem... Mit seinem Bogen nicht aufhalten. Alter. Denn ich bin einfach. Tadeus. Legge, 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 legge. Ja. Legge, 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 legge. Ja. I'm leggy, man. Weißt du? Der Server leckt nicht. Nein. Nein. Ne, aber ohne Scheiß. Die hätten hier richtig geil Killstreaks einbauen können oder so. Hatten sie auch. Ja. Alter, ja. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, kann man schon sagen. Er portet sich einfach irgendwie. Ja, aber wir haben gewonnen, kann man sagen. Ohne Schmarrn. Ich hau jetzt hier crazy kaputt und dann hat er kein Leben mehr. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Aha. Ja, jetzt bin ich tot. Ich auch, aber jetzt geht die neue Runde los. Achso, ich dachte, achso, okay. Ich hab falsch gedacht. Äh, ich drück auf den Warrior-Knopf, was nicht geht. Wir können uns nur kaputt hauen, das ist scheiße. Er kann mich nur kaputt hauen. Oh, ist das behindert. Scheiße. Los, mach was. Ich bin tot. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich lade einfach alles in einem Stück hoch. Fertig. Ist das geil. Oh Gott. Muss ja sein. Ey, in der Map steht, dass die Spaß bringt und das tut sie definitiv. Also in der Map nicht. Denitiv. Denitiv. Das ist ein neuer Fall, wie der Dardiv. Jetzt gibt's den Denitiv. Nein, das ist voll tiefer total. Ey, guck mal. Ey, guck mal, die haben schon ein Leben weg. Ey, wie behindert ist denn das? Nein, wir sind doch die Brot. Ja, die haben schon ein Leben weg. Achso, die. Ja, ich hab schon wieder was anderes verstanden. Ey, wie geil ist die Map denn? Also, richtig geil. Mal ohne Scheiß. So ne geile Map hab ich da schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, da ist eins aber tot. Tot. Ich steck erstmal hier in die Mitte hin und tu mir erstmal den Buff. Ach, es gibt doch keinen Buff. Warte, ich komm zu dir. Ja, komm. Der ist in meinem Team, Mann. Einsamer Tod hab ich, aber Braycraft kriegt mich wahrscheinlich, oder? Ja, Braycraft hat aber nicht mehr viel Leben. Warte, ich komm zu dir. Ich kill Gomme. Der hat den scheiß Speedtrunk. Ja, der hat aber dafür nur ein Holzschwert. Ja, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Ja, sauber, ich hab ihn getötet. Jetzt holen wir uns erstmal Crazy. Oh, warte, der Stärke-Buff ist ab. Das heißt, ich muss in die Mitte und mir den holen. Hä? Ja, leck doch. Ja. Das mein ich mit Lecks. Ja, hä? Genau, jetzt ist Gomme auf einmal wieder hinter mir. Komisch. Ich hol mir mal Crazy von hinten, wenn ich es schaffe. Ich schleiche mich mal von hinten an und kloppe ihn dann kaputt. Haben ihn, sauber. Gomme? Gomme, 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 yeah. Gomme, 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 Gomme. Ja, komm, wir machen Spawn-Trap. Ja, 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 hier. Wir machen Spawn-Raping. So, zündest du den Harrier? Zündest du doch gleich deinen Chopper-Ganer oder Harrier, ne? Oh, guck mal, da ist der Gomme. Hallo, Gomme. Komm, wir scampen aber echt am Spawn. Niemand sagt, dass das verboten ist. BTF-Braycraft, du hast mir gar nichts zu sagen. Fliegt der hier so ein bisschen durch die Gegend oder ist das der extreme Lag? Nein, jetzt hab ich dich gehauen. Scheiße. Nein, das war der Kaktus. Echt jetzt? Das war der Kaktus. Ich bin gleich One-Hit, egal von wem. Deswegen geh ich einfach mal voll in die Offensive. Einsamer tot. Don't Spawn-Camp. Aha. Dass die Gegner auch einfach Spawn-Campen. Was fällt dem denn ein? Ja, ist wirklich so. Der campt hier wirklich am Spawn. Das ist richtig scheiße. Ja, super. Leute, wir müssen irgendwie gegenseitig getötet. Fluteam ist defeated. Ja, 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 wir haben gewonnen. Geile Scheiße. Ja, aber die Runde hat irgendwie ein bisschen besser geklappt, ne? Naja, Lags waren trotzdem da. Wir haben zwar gewonnen, aber trotzdem waren die Lags da. Irgendwie, keine Ahnung. Es liegt halt auch am Snapshot, dass es so laggt. Aber die Map an sich ist cool. Ja, die ist echt gut gemacht, muss ich schon zugeben. Voll so. Es liegt halt auch ein bisschen am Server. Das ist der Grund halt natürlich auch am Snapshot. Die Map ist heute erst gerade rausgekommen. Das kann doch nicht alles perfekt sein. Wir haben auf dem Server auch nämlich auch schon mal aufgenommen. Daher weiß ich das. Und der hat da auch gelegt. Es ist halt immer so, er laggt sonst eigentlich gar nicht. Und dann auf einmal hat er dann so richtig, wo alle einfach mal stehen bleiben. Und dann sind die erst mal 20 Meter weiter vorne. Ja, okay. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, haben wir jetzt dreimal gespielt. Irgendwie einmal mehr oder weniger. Perfekt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und das war es von der Gladiator Team Deathmatch. PvP, Megaketten an der Wand Arena. Jo. Und noch eine Runde, oder was? Oh, noch eine Runde. Okay. Oh, und noch eine Runde. Und das war es. Und noch eine Runde. Warum bin ich jetzt mit Bray im Team? Ich bin mit Gomme und so im Team. Lolz. Lol. Lol. Hose? Lol. Hose. Lol. Hose? Lol. Ahi. Lol. Aber ich nehme jetzt trotzdem nicht mehr auf. Bei mir war es das. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Tschau, Leute.